mal gucken was mich da erwartet das andere ding gesagt 70 kilometer entfernt und ich glaube ich kann jede hilfe was auch immer das für eine währung ist gebrauchen kommen ich nicht mehr sie sind gut damit hello anybody from the enclave out there could you help on an open channel das ist nara no from the enclave i need a favor what is it i can't leave my post unguarded but somebody just stole three tons of high-grade plutonium if i don't get it back my boss is gonna be pissed i really need to track down these thieves okay okay i'll get them that payload can be weaponized the can have gone far they aren't showing on my sensors nara if it ends up in the wrong hands i'll find them auf jeden Fall habe ich hier immer was gefunden was ich drauf habe so und mein links hier sagt anderthalb kilometer unterdenklapp im so Wie viel Energie hat mein Schiff eigentlich? Was war das denn jetzt gerade? Was war das denn jetzt gerade? Das ist schön, wenn man die Tasten nicht kennt oder vergessen hat. Ich will immer auf C drücken, um diesen Hyperwalk zu machen, wobei der Steuerung ist. Ich kann es die Drei von der命freie. Ich bin nervös. Er scheint, dass niemand versucht, die zu verhören. Oh, jetzt kann ich ja bei Ihnen. Ich sehe die da noch, die sind doch nur 5 km weg. Was soll der Scheiß? Was? Ich verstehe es nicht. Ernsthaft. Die sind keine 5 km weg. Ich werde sie finden. Ich kann die Tränen von der Lightbrust. Ich bin gespannt. Es scheint niemand zu versuchen, sie zu stoppen. Ich habe sie gesehen. Keine Ahnung, sie... Es ist die Plutonium. Wir brauchen sie zurück. Sie wollen, dass ich... Negotiate. Ja. Sie können nicht die Hyperspeed mit dem Hebel. Nur nicht schießen. Wir sehen. Keine Ahnung. Pursuing ship. Bitte nicht aufheben. Surrender jetzt. Ich kann nicht. Bitte. Ich bin kein Kriminein. Dann stopt. Nein. Ich habe eine Verkaufnahme. Ich habe meine Familie. Mit dem? Mit dem? Die Kult. Die werden dich nicht schützen. Sie haben gesagt, es wäre sicher. 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 Wenn ich das mache. Nein. Nur wenn Sie sie mit ihr zusammenkommen. Sie werden immer ihre Doktrinden folgen. Sie sind nicht naiv. Es ist meine einzige Wahl. Es ist meine einzige Wahl. Die Wahl ist, dass ich das Fliege verbreite oder ich das Schiff verbreite. Jetzt jetzt. Jetzt sind wir schon wieder hier vorne oder was? Bitte, nein, nicht schreien! Alles klar. Ich kopiere das. Echt? Ich muss jetzt die ganze Zeit hinterher fliegen? Und weg. Well, they got away. Bad luck, right? Has this happened before? I think so. Then I'll keep an eye on things. Okay, fick dich hart. Ich... das ist doch... Das kannst du mal vergessen. Dann fahr ich doch lieber hier ins Bergwerk. Andere Seite. Das ist ja fast wieder nach. Das ist ja fast wieder genau. Das ist ja fast wieder anders. Das ist ja fast wieder. Das ist ja fast wieder. , was das zu tun ist. Das ist ja fast wieder. Ich habe nicht mehr um alle hinzugehen. Ich denke, dass wir wieder noch was kommen. Meine Freunde. Ah, ich glaube ich weiß wo wir gleich hinfahren. Ich habe keine Ahnung warum das eben mit dem vererfolgenden Grip war. Aber ich sammle noch ein paar Sachen rein. Tausend Sachen die in das Spiel irgendwas guckt. Ich habe keine Ahnung. 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 Was? Und mehr Turrets. Ich habe keine Ahnung. 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 Das ist alles. Okay. Das ist auf jeden Fall eine bessere Mission hier. Das ist die Drogen. Natürlich. Und mehr Turrets. Die Turrets seem corrupted. Was ist passiert? Es ist die Drogen. Das ist die Drogen. Unsere Länge. Es ist die Drogen. Sie sind die Drogen. Sie sind die Drogen. Sie sind die Drogen. Sie sind die Drogen. Es wird stehend. 20 dann mache ich mir erst mal die links die eine 1,5 km ach ne lieber mit durch was haben wir hier 1,9 2,5ミ 1,5 min 1,5ミ Das ist alles. Okay, gut. Dann haben wir das eliminiert. Und jetzt folge ich den beiden Drohnen. Hm. Und die letzte. Dave ist leichter. Die Frage hat euch nicht. Warum? Drone Modeln. Outdated. Pre-Date Circle of Technology. Right. Location secure. Rebooting completed. Divertting excess power. Multiple Gratitudes to Master Nara. Not your Master. Just Nara. Affirmative. Just Nara. Search for new Master. Interested. Someone will come. Enclave come in. Chaska processing is back online. But it also grabbed the attention of pirates. Oops. Dann wollen wir mal hier hin. Its output will speed up needed repairs on the Enclave. Excellent work. Nara out. Alles kaputt hier. Und jetzt muss ich irgendwie den Weg durchfinden. Statt drüber zu fliegen fliege ich mitten durch. Und dann schauen wir mal, wie sich das da verbirgt, was ich erwarte. Es ist hier. Where I abandoned you, Forza. Old friend. Where I made you stay. Forever. Wines. Someone triggered the defense system. I should find another way in. The main entrance is still shut. Wines. Unders. The other scavengers. Out here. Destroyed 22.5 years ago. By several vultures. Their moms mentioned the same shrine we seek. Was war die Erinnerung? This is recent. The circle is on to Forza. I must find him first. The entrance. That's my way in. Regrowth seals. I must shoot them in one go. Now I can enter. I sense Forza's presence. Eckers of his spirit, pondering this place. A memory. I'm getting closer. Der Circle wird uns finden. Wir müssen erst einmal streiten. Ich bin all das fertig. Ich war nicht versuchte, zu schützen. Ich habe ihn selbst verletzt.